Auch in 2016 lud die Dekom AG wieder zum Conferencing und Seaport Day nach Hamburg. Noch von mir herzlich willkommen zum Conferencing und Seaport Day der Dekom. In diesem Jahr zum ersten Mal in neuer Location in den Hallen der Hamburger Handelskammer. Finde ich toll. Erstmal war es völlig Neues. Ja, es war sensationell die Location hier. In diesen beeindruckenden Räumen zeigten zum ersten Mal insgesamt 18 Hersteller ihre neuesten Produkte und Services einem interessierten Fachpublikum. Ich denke mal hier in der Handelskammer ist genügend Platz und es ist wirklich sehr schön hier, ist alles gut. Eine weitere Neuerung war, dass diesmal die Aussteller erstmalig direkt an ihren Ständen ihre Produktpräsentation abhalten konnten, während diese live in das anschließende Auditorium übertragen wurden. So konnte noch besser live vorgeführt werden, was technisch heute im Bereich der Videokonferenzen und Kommunikationstechnik möglich ist. Und deswegen bin ich halt heute hier, um mir da die neuesten Innovationen mal anzuschauen. Also da gibt es einige interessante Themen, die wir heute gesehen haben. Also die Qualität der Gespräche war sehr, sehr gut. Das hat uns hier wirklich gefreut. Viele Sachen vorgestellt werden, die es auf dem Markt noch nicht gibt, beziehungsweise hat man die Möglichkeit, mit den kompetenten Fachleuten zu reden und das einfach mal zu demonstrieren zu bekommen. Und so konnten alle wieder rundum zufrieden und bestens informiert über die neuesten Trends und Innovationen den Tag beschließen beim DECOM Conferencing Seaport Day 2016. Vielen Dank.